Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Vorlesung Kognitiv-Linguistik. In der letzten Sitzung ist mir etwas passiert, was mir seit geraumer Zeit nicht mehr geschehen ist, nämlich, dass der Stream abgebrochen ist und zwar nach Minute 36. Das heißt, dass im Wesentlichen die Informationen über die semantischen Rollen tatsächlich nicht auf Band sind. Das ist total ärgerlich, weil es auf die schlussendlich ankam und deswegen würde ich sehr gerne heute das nochmal im Schnelldurchlauf gewissermaßen nachholen, um dann mit dem Thema Sprache und Grammatik einzusteigen, das wir an der einen oder anderen Stelle schon gestreift haben, das sich aber heute ganz gerne nochmal entwickeln würde, vor allen Dingen im Hinblick darauf, was letztlich tatsächlich davon in Vermittlungskontexten realisieren und umsetzen und an welchen Stellen sollte man einfach die Finger davon lassen. Und deswegen springe ich in der Präsentation sehr schnell, das werden Sie sehen, werden wir nicht mit Sprache und Grammatik einsteigen, sondern noch einmal ganz kurz zurückspringen auf die Teile, die weder im Stream noch dann im Podcast zu hören waren. Und abgebrochen war der Stream exakt an dieser Stelle, nämlich der Frage, wie wir agentive und non-agentive Konstruktionen uns konstruieren und uns zur Seite legen. Wichtig war aus meiner Perspektive hier an dieser Stelle, dass es zwar eine analytisch und sprachhistorisch relevante Differenzierung in der Linguistik gibt zwischen zum Beispiel Seinperfekt und Zustandspassiv, dass das Ganze aber in der Wahrnehmung von Sprachteilnehmerinnen in der Analytik eher nicht die entscheidende Rolle spielt, sondern dass es hier um Zustandszuweisungen, Eigenschaftszuweisungen geht, die in den sprachlichen Mustern auf eine vergleichbare Art und Weise realisiert sind, nämlich über ein Nomen mit Coppola-Verben, sogenannten Coppola-Verben und dann einer Entität oder einer Eigenschaft, die diesem Nomen zugewiesen wird. Also es ist im Wesentlichen eine verbale Attribuierung, die hier stattfindet und dass Sie natürlich neben Partizipien auch Adjektive und Nomina in diese Struktur einbetten können, ist, sorgt dafür, dass es analytisch und funktional grammatisch sehr, sehr schwer zu differenzieren ist, weil wir da ganz unterschiedliche Formen haben, die hier zusammengehen. Und schlussendlich wird mit allen drei Elementen, und deswegen spricht man traditionell auch von dem sogenannten Prädikativum, wird hier mit dem Prädikativum einer beliebigen Entität eine Eigenschaft zugewiesen. Wir sind dann über das Bekommen-Passiv, also das sogenannte Rezipienten-Passiv oder Bekommen-Passiv gegangen, also über Konstruktion der Akzeptation und auf einen Spezialfall habe ich noch hingewiesen, das sogenannte Haben-Passiv, das sich tatsächlich korpuslinguistisch unglaublich schwer mitteln lässt, weil Haben auch mit anderen Partizipien zusammengeht, zum Beispiel für die Konstruktion, traditionell gesehen für Perfekt und Plusquamperfekt. Auch hier ist es tatsächlich so, dass ich zumindest in eigenen Arbeiten festgestellt habe, dass es relativ einfach aufzuspüren ist im Zusammenhang mit Partizipien, die sich auf Körperpflege beziehen, also rasieren. Das Beispiel war, sie hat zwei Delfine auf, die Schulterblätter tätowiert, was sie bestenfalls nicht selbst gemacht hat, sondern was jemand für sie übernommen hat in dem Fall. Und deswegen wird dort eine non-agentive Konstruktion vorliegen haben, die sehr nah an Konstruktion der Eigenschaftszuweisung steht. Denn sie besitzt etwas, nämlich zwei Delfine auf den Schulterblättern. Das vor dem Hintergrund, dass in der angloamerikanischen Forschung, wenn über Agentivität gesprochen wird, sehr gern mit einfachen Aktivkonversen gearbeitet wird. Das heißt, es muss einfach aktiv und passiv gegeneinander gestellt werden. Das Ganze ist im Deutschen so einfach nicht zu realisieren, liegt daran, dass wir eine große Gruppe an Werben haben, die semantisch in diesen Bereich eintreten. Und viele davon, das sehen Sie in der großen Blase, haben unmittelbar etwas mit der Wahrnehmung zu tun. Das heißt, den Anschein erwecken, dass etwas in einer spezifischen Art und Weise entweder aussieht oder riecht oder schmeckt oder sich anhört wie etwas anderes. Und diese Gruppe habe ich nicht abgeschlossen, hier besprochen. Wäre aber ein lohnendes Thema, dass man sich alle diese Verben genauer anschaut, systematisiert und im Wesentlichen damit auf eine semantische Rolle hinarbeitet, nämlich den Experiencer. Also das heißt, dass Sie einen bestimmten Eindruck haben von etwas anderem und diesen Eindruck wiedergeben. Es erscheint mir als etwas, es sieht nach etwas aus und damit zugleich markieren, dass es Ihr persönlicher Eindruck ist. Also das heißt, Ihre Sprecherposition markieren Sie dadurch sehr stark und diese Konstruktionen sind hinsichtlich der Faktizität markiert. Das heißt, Sie sagen, was Sie wissen, aber was nicht für alle anderen in Ihrem Umfeld gleichermaßen gelten muss. Ja, wenn Sie sagen, Peter ist Lehrer, es ist ein deklarativer Sprechakt, mit dem Sie eine bestimmte Aussage treffen. Wenn ich sage, ja, der scheint Lehrer zu sein, sehen Sie schon, wie sich die Faktizität der Aussage entsprechend ändert. Und um diese Zusammenhänge geht es. Das heißt, Faktizitätsmarkierung spielt eine große Rolle und davon ist unsere Sprache voll. Ja, es sind nicht die einzigen Möglichkeiten, um Faktizität zu markieren. Dafür gibt es noch ganz andere. Aber im Wesentlichen ist das das Salz in der Suppe, wenn man Sprachen nicht formulieren will. Und es ist sicherlich für Zweitschlerner des Deutschen nicht das einfachste, in diesem System durchzublicken. Auch das schon mal ein Hinweis darauf, dass man möglicherweise, wenn man sich in Vermittlungskontexte begibt oder in schulischen Zusammenhängen arbeitet, dieses Thema nicht zu früh aufreißt, aber immer wieder an Beispielen illustriert, weil es tatsächlich zu einem ganz wesentlichen Bestandteil im Sprachgebrauch eine große Rolle spielt. In dem weiteren Schritt sind wir dann, wir haben ja über Agentivität gesprochen und es ging zunächst erstmal darum, dass jemand etwas verursacht oder irgendeine Handlung beabsichtigt oder dass es so etwas gibt wie einen Energietransfer, ja, oder dass es ein Wirkungsverhältnis gibt. Das nächste zentrale Argument in der Argumentation von Evans im Nachgang zu letzter Woche war, dass es intentional passiert. Das heißt, dass jemand eine Absicht hat, etwas zu ändern. Das mache ich jetzt kurz. Ich habe die entsprechende Stelle markiert, da wir tatsächlich für diejenigen, die das letzte Woche hier gehört haben, jetzt nicht alles nochmal wiederholen wollen, aber es ging um Intentionalität und um diese Intentionalität tatsächlich hier nochmal ein Beispiel zu unermauern. Hier ging es um die sogenannte Detransitiv-Konstruktion. Das ist eine Konstruktion in der angloamerikanischen Tradition mit zwei Objekten. Ich hatte schon zwei, drei Mal darauf hingewiesen, dass ich diese funktional-grammatischen Bezüge, Subjekt, Prädikat, Objekt eher nicht mehr verwenden möchte, aber hier in der angloamerikanischen Forschung hatte es schon eine gewisse Tradition. Also die Detransitiv-Konstruktion, die einen Transfer bedeutet, das sehen Sie auch ganz unten markiert, sehen Sie hier, dass der Agent einen Transfer beabsichtigt. Auch da haben Sie die Intention mit drin, ganz konkret. Und diese Absichtigkeit und diese Beabsichtigung ist ein wesentliches Charakteristikum des Agents. Der letzte Schritt hier, haben wir eine Ausdifferenzierung an einer Stelle bei Events gehabt des Agents, nämlich, dass er belebt ist, dass er eine Intention hat, dass er etwas beabsichtigt und so weiter. Und damit bezieht sie sich implizit an diesen Stellen nie explizit auf Dauti und die Merkmale von Agentivität. Und in einem weiteren Schritt der Vorlesung habe ich mir das genau angeschaut, und zwar an einem Beispiel aus Kramis, nämlich der Gegenüberstellung der prototypischen Merkmale von Agents und Patients, so wie es vom IDS Mannheim auf der Web-Resource entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Das Ganze ist jetzt hier an der Präsentation relativ klein. Mir geht es im Wesentlichen um zwei Aspekte, nämlich, dass man zum einen diese Merkmale von Agentivität in einer Grammatik diskutiert, also hier bei Kramis, und sagt, das ist ein Proto-Patient und ein Proto-Agents. Das heißt, dahinter steht die Prototypen-Theorie von Eleanor Roche. Ja, also das heißt, dass man sagt, er ist mehr oder weniger Agentiv und mehr oder weniger von einer Handlung betroffen. Und man kann an diesen Kriterien ausdifferenzieren, inwieweit ein Handelnder eher an einem prototypischen Agents entspricht oder eben nicht. Und die Merkmale, die hier nach Primus aufgezählt werden, sind entwickelt nach Dauti. Ja, also das heißt, das wird man in jeder Literatur zu dem Thema lesen. Das sind genau die Schritte. Es gibt noch Kienen, auf denen sich wiederum Dauti bezieht. Aber Dauti 91 ist so der, die zentrale Angabe, wenn es um Agentivität geht. Erstaunlich ist, dass man in jeder Literaturangabe immer liest, das sind so die Agentivitätsmerkmale nach Dauti 91. Das ist so der Platz dieser Monografie, das sind ein paar hundert Seiten. Und man bezieht sich da eher auf einen sehr überschaubaren Teil. Immer wenn das passiert, liegt schon die Vermutung nahe, dass möglicherweise das Modell so ein bisschen redaktionistisch in der Forschungsliteratur weitergegeben wird. Das ist ähnlich mit Edel Goldbergs Definition der Konstruktion von 1995. Da wird immer gesagt, das ist die Konstruktionsdefinition von Edel Goldberg, das ist das Schema, das ist eine Konstruktion wiedersehen. Also das heißt, damit wird der Common Sense, da kann man Ground in der Forschung markiert. Immer wenn Sie so etwas lesen, in Forschungsliteratur sollten Sie hellhörig werden. Also wenn Sie immer so einen Absatz haben und da steht drin, wie das so die Forschung sieht und Sie das Gefühl haben, irgendwie liest sich das wie ein Handbuchartikel oder eine schöne Zusammenfassung von Open AI, dann sollten Sie genauer draufschauen und sagen, ja, vielleicht gucke ich mir die Quellen mal an. Das ist in dem Fall hier weniger dramatisch. Das hatte ich auch in der letzten Vorlesung schon gesagt, dass die wesentlichen Merkmale von Agentivität sind natürlich auch bei Primus weitergegeben, obwohl sie gleichsam weiter ausdifferenziert. Und es gibt einen entscheidenden Punkt, den Sie tatsächlich in Ihre Überlegungen nicht mit einbezieht, die aber bei Doughty eine sehr zentrale Rolle spielen. Deswegen springe ich gleich zu dieser Übersicht, zu dem Auszug von Doughty, den ich in der letzten Sitzung in Extensuo besprochen habe. Und zwar, was bei Primus implizit bleibt, damit auch bei Kramis, ist das Volitionale. Das heißt, dass Sie einem Ergens zuweisen, dass er handeln will. Nicht die tatsächliche Handlungskontrolle steht im Vordergrund, sondern Ihre Zuweisung, dass Sie jemandem unterstellen, dass er das Ganze willentlich tut, intentional. Das ist der wesentliche Unterschied auf alle anderen problematischen Bereiche, zum Beispiel hier die Punkte E. Darauf bin ich in der Vorlesung eingegangen. Das heißt, ob jemand unabhängig oder abhängig vom im Verb markierten Event existiert, ist bei Doughty selbst eingeklammert, halte ich auch für empirisch schwer nachweisbar. Oder, sagen wir mal so, weiß ich nicht, ob das thematisch relevant werden könnte. Interessant wird es nur vor dem Phänomen der Figurgrundbeziehung. Also das heißt, wenn wir über Trajektor und Landmark reden, dann kann man, glaube ich, hier arbeiten. Aber entscheidender könnte sein, ob jemand Theme, also Thema einer Handlung, einer Aussage ist oder eben nicht. Und das, glaube ich, ist auch hier gemeint. Das ist ein bisschen verklausuliert dargestellt, aber schlussendlich geht es darum. Das Entscheidende ist aber das Volitionale, das Volitionale Involvement und das Beispiel, an dem ich das illustriert habe, das ist mir wichtig, dass das nochmal auf Band ist. Es gibt in Harry Potter so eine schöne Szene, wo es um den Tanzball geht. Ja, also mit einer unglaublichen Vorbereitung, einem alten Grammophon und einer sehr schön dargestellten Szene. Und es ist klar, wie in unserem sozialen Wissen, wie so ein Tanzball funktioniert, nach klassischen Regeln. Üblicherweise werden in dem Fall die Mädchen durch die Jungs aufgefordert zum Tanzen. Das wissen alle, dass das so läuft. Und ein Großteil dieser Szene im Film, aber natürlich auch in den Büchern wird darauf verschwendet, jemanden zum Aufstehen zu bewegen und loszulaufen. Ja, Neville ist es schlussendlich, der das tut. Und um die Szene aber zu verstehen, hilft nicht zu wissen, okay, es gibt hier Entitäten, die Handlung kontrollieren. Ja, sondern es gibt volitionale Akteure, die zum Handeln aufgefordert sind. Das heißt, die Jungs handeln in dem Fall noch nicht, aber sie werden prinzipiell diejenigen sein, die handeln werden. Und die Volitionalität, die hier mit dem Raum steht, im Übrigen sagt das nicht, ob sie nicht wollen oder nicht wollen, ist tatsächlich ein Merkmal, dass sie als oder das den einen und den anderen als Argens ausweist und eben nicht. Ja, obwohl sie noch nicht die Handlung kontrollieren, obwohl sie noch nicht konkrete Handlungen vollziehen, wissen sie, sie wollen oder wollen nicht, eine Handlung vollziehen. Also sie sind diejenigen, die das Heft in der Hand halten, um mal eine Metapher zu vermitteln. Viel interessanter und das vielleicht zum Abschluss der letzten Woche, ist, dass Doughty natürlich sagt, das Ganze hier ist ein Vorschlag, wer es besser machen kann, soll es besser machen und das Ganze explizit macht, bevor er diese Merkmale von Bruttoagentivität und des Bruttopatients vorstellt. Und das ist ein Satz, der mir sehr häufig leider fehlt in entsprechenden wissenschaftlichen Darstellungen, auch in der Einführungsliteratur, dass man markiert, dass das ein Diskussionsvorschlag ist. Wenn Sie die Rollendefinition lesen in der Forschungsliteratur, sehen Sie immer nach Doughty 91 und das Ganze hat natürlich auch den Konventionellisierung- und Stabilisierungseffekt, sodass sich mehr oder weniger so ein Standard etabliert. Ja, also wenn Sie an der Agentivität diskutieren wollen, dann zitieren Sie nach Doughty 91, geben vielleicht noch die Seitenzahl an, also 572 und damit hat sich die Diskussion beendet. Was man dann vergisst, ist, dass Doughty selber sagt, ja, ich bin mir selber nicht so richtig sicher. Das ist erstmal nur ein Vorschlag. Ich bin mir im Klaren darüber, dass es keine saubere Taxonomie ist und das sehen Sie an den Ausformulierungen schon selber, dass es irgendwie mal mehr oder weniger stimmig ist und dass diese Flexibilität aber und die Einladung zum Diskurs und zur Diskussion darüber tatsächlich in den meisten Standarddarstellungen ausgeblendet wird. Und das ist sehr, sehr schade. Denn es ist für Sie und vor allen Dingen auch für Schülerinnen, ja, immer der Einstieg, um zu sagen, ja, hat jemand einen Versuch unternommen, etwas Bestimmtes vorzuschlagen und ist sich dessen selbst nicht so sicher, dass es nicht eine bessere Option gäbe. Und er stellt das offen aus. Das betrifft im Übrigen auch den zweiten, den wir uns heute genauer anschauen werden, Rolf Tiroff. Rolf Tiroff ist die Standardmonografie zum Tempus im Deutschen. Es geht nichts, also Reichenbach habe zu meiner mit dazu. Dazu muss man aber wissen, dass Reichenbach eher nur die Folie, der verlieferte, vor der Tiroff dann das System entwickelte. Ist die Standardmonografie zum Tempus, wird immer Rolf Tiroff Tempus und dann machen alle schon den Kopf zu, weil klar ist, damit ist der Standard definiert und in dem bewegen wir uns. Er arbeitet sich selber über mehrere hundert Seiten damit ab, dass er sagt, ich versuche nur ein System vorzustellen, von dem möglicherweise man das Tempusystem im Deutschen auffächern kann. Eventuell. Ja, es gibt Probleme. Ich kann bestimmte Aspekte nicht erklären. Und das Ganze wird in den standardgrammatischen Darstellungen komplett ausgeklammert. Jetzt können Sie natürlich nicht an jeder Stelle im Schulunterricht und in der Vermittlung sagen, ja, da sind wir uns noch nicht so ganz sicher und möglicherweise braucht es auch noch mehr Forschung, sondern die Vermittlung muss ja reduzieren. Aber es gibt Einfalltore wie diese zur Agentivität, die eben durch die Standardschulgrammatik nicht zu stark besetzt sind, an denen Sie immer ein Einfalltor haben, so etwas zu diskutieren. Das lohnt sich immer. Wahrnehmung von Agentivität. Als Letzte, und damit bin ich dann, glaube ich, auch nochmal in die Besprechung des Erlkönig gegangen, ist, dass in Metaphorien geht es weniger um Metonomie, sondern eher um, es war nur der Artikel zur Metonomie, sondern es geht eher mir um die Frage, dass auch ein nichtbelebter, eine nichtbelebte Entität prinzipiell agentiv aktiv sein kann, wenn sie mit entsprechenden Merkmalen ausgestattet wird und entweder in einem metaphorischen Kontext aufzufassen ist, personifiziert wird, wenn man so will, oder auch eben im Metonymischen, je nachdem, was man macht. Werden wir noch Beispiele, genauere Beispiele dazu sehen. Werden wir noch einen Beispiele.